Kennt ihr das Freunde? Findet ihr auch nie die Feldeinfahrt zu einem Feld auf einer neuen Map? Ich fahre immer gefühlt genau auf der anderen Seite rein ins Feld. Öha. Ja. Chef, mal öha. Ich gucke einfach in den Chat und einfach wieder gegen den Gegenverkehr gefahren. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich den Feind gegen den Baum gesetzt habe? Ja gut. Meine Güte, schon wieder hier. Ich komme jetzt wieder raus aus der Geschichte. Ah ok, ich kann ein bisschen Bank drücken mit dem Schleppertreik. Ich glaube, ich komme noch nicht raus. Also mein Feind, ich weiß, dass mein Feind Pace hat, ja, aber dass er den Baum hochklettert, wäre mir dann doch neu. Multitalent ist das. Kann man den Gegenverkehr bitte einfach abschießen? Ne, meiner Meinung nach nicht. Kann man den Gegenverkehr bitte einfach abschießen? Ne, meiner Meinung nach nicht. Du bekommst aber auch, äh, ne Haltungsnote. Na komm. Kann man das sperren oder wie? Schon ziemlich eklig eigentlich gerade. Aber warum mache ich mir das Leben selber schwer? Ich brauche ja nur hier, hier, hier. Komm, Fendt, wenn du selbst nicht aufstehen kannst, ich helfe dir. Magic. Aua, voll in die Fresse, jetzt häng ich. Gut. Haben wir wieder hingesetzt den Burschen. Meine Güte. Ja, ja, gut, da hast du wieder genau die beste Szene erwischt. Da hast du, meine Güte, immer wenn der reinkommt, eskaliert es einfach wieder. Easy. So, okay, nie was passiert. Rausschneiden können wir es ja wieder nicht. Habe ich recht Regie? Ja, ich weiß ja, danke. Jetzt gucke ich nie in meinen Chat, egal was ihr postet.